Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Street Fighter X Megaman bzw. Street Fighter zusammen gemischt mit Megaman, mit Mr. Douglas XT. Heute fangen wir mal an bei, ähm, nehmen wir mal Rose. Einfach weil ich jetzt Feuer hab und Feuer gut gegen Rose ist. Ich hoffe ja, das stimmt auch mal. Die Logik. Megaman vs. Rose. Ich höre ein kleines Kind. Ähm, ja, fangen wir nochmal an. Ready. Huch, bleib mein Hund. Boah, ist das cool. Wieso steht da cool? Das ist so... Okay. Okay, okay. Ich find das Level schon mal jetzt ziemlich geil, muss ich sagen. Ich weich einfach den Schwert dann aus, dann verliere ich nicht viel Leben. Was? Boah, wir haben sogar dafür was bekommen. Oh, ne, schon wieder dieses komische Teil da. Wow, wir sind gleich tot. Nein, 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 nein. Ah, volle Aufladungen. Okay, gut zu wissen. Sehr wichtige Information. Aber ich will... Leben. Ist das Leben? Ja, das Leben und keine komische Bombe, die uns wehtun könnte. Nein, ich will nicht absteigen. Nein, ich will nicht absteigen. Verdammt. Ja, wir haben schon verloren, weil wir sind so wie tot. Nichts passiert. Wartet. Da sind Pfeile. 1, 2, 3 und nach oben. Okay, wir sind nach oben. Okay. Okay, die Bosser sehen einfach aus. Ja, sind einfach. Ja. Drop. Okay. Wow. Okay, gut. Und... Na, was erwartet uns hier? Nichts, nichts, Schwert. Nichts, 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 Schwerter. Also Mehrzahl, ne? Okay, gut. Und nichts, 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 Schwert. Okay, Schwert ist weg. Und weiter geht's. Hier erwartet uns... Ich spiele so ein komischer Teil. Verdammt. Nein. Ich will nicht sterben. Okay. Ja, deine Blasen erreichen mich hier nicht. Okay, eine Wand ist weg. Und er ist tot. Und diese komische Fullwand zerstören wir auch mal, weil wir es können. Und noch einmal. Und noch einmal. Hey, wir kriegen Energie dafür zurück. Wie geil. Machen wir es noch einmal. Und noch einmal. Hey, das klappt wunderbar. Okay. Und noch einmal, okay. It's okay. Autsch. Das ist doch nicht jetzt. Ich will wieder ein bisschen mehr Leben haben. Schwert stirbt dafür. Yes. Genau das wollte ich. Oh, ich bin so ein Idiot. Okay. Da war nichts. Da war auch nichts. Oh ja. Okay, wir sind wieder fast Full-Life. Okay, aufladen. Hey, das ist wunderbar. Ha. Ha. Diesmal war ich nicht so dumm. Oh, ich hab so was wie Autoshot gar nicht. Das ist fies. Okay. Einfach hoch. Einfach nach oben. Ignorieren wir das. Ja, genau. Das ist doof. Jetzt bin ich sowieso voll. Ja, okay. Egal. Scheiß drauf. Weiter geht's. Ja, wenn ich jetzt runterfalle, hat das sowieso nichts gebracht. Okay. Ja. Und noch mal aufladen. Und hoch. Okay, gut. Ja, gut. Na, was erwartet uns? Oh, er ist lag. Egal, was es ist. Okay. Dass er nicht fortschritt. Dass er nicht ärgern ist. Yes. Wir haben es geschafft. Und hier ist noch ein großer Raum für uns. Weil ich keine Ahnung habe, nehmen wir hier mal Inferno. Einfach so. Das ist nicht effektiv. Optik-Laser? Auch nicht effektiv. Okay, doof. Dann benutzen wir einfach den Mega-Buster. Ich muss mich verarschen. Leute, sie wollen mich verarschen. Habt ihr gehört? Oh, nee. Okay, aber sie ist durchschaubar. Wenn sie jetzt nichts Neues macht. Okay, sie ist doof. Sie ist doof. Sie ist doof. Nein, tut mir nix. Nein, tut mir nix. Was ist gerade passiert? Okay. Sie war heftig live. Sie war heftig live. Wir waren weit. Wir waren sehr weit. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Ja. Oh, Mann. Oh, ist die doof. So. Okay, wir haben viel mehr Leben verloren als sie. Das ist nicht gut. Okay, sie ist leicht durchschaubar. Wenn ich mich jetzt nicht doof anstelle. Okay, wir stellen mich doch doof an. Sehr doof stelle ich mich sogar an, muss ich sagen. Was schwer ist diese komische Kugel da? Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah, diese Kugeln müssen weg. Aber sie ist durchschaubar. Sie ist durchschaubar. Nein, lass mich in Ruhe. Ich bin schon wieder geschafft. Äh, nicht geschafft. Äh, schlecht. Ich hab einfach keinen Schwachpunkt. Na, versuchen wir's doch mal. Und jetzt weiß ich ja umgekehrt, wie ich mit dir umgehen kann. Ich hab nur noch ein bisschen. Ah. Okay. Okay, noch einmal. Okay. Ah, verdammt. Wow, das hat sie geblockt. Okay, sieht noch gut aus. Sieht noch sehr gut aus. Ich muss mich konzentrieren, Leute. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Yes. Geschafft. Ganz gut. Und ich höre ein kleines Mädchen schreien. Und ich höre es noch mal schreien. Und ich höre es noch mal schreien. Und noch mal. Was haben wir jetzt bekommen? Ähm... Der hat bestimmt diese komischen Kugeln da. Soul Satellite. Ja. Diese... Ach, cool. Noch mehr Fähigkeiten. Ja, jetzt rollt sie weg. Alalala. Gut, dann warst du es auch hiermit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Gott. Euer Mr. Douglas. Tschüss. Technology, Sapk языk. Salutка z珈 retrans. Tschüss. Tönen. Tschüss. Possibly​ applyt mengenund. Madele notch thouse neue